Sie hören Schäfchenwolkenhimmel von Gabriela Engelmann, gelesen von Eva Gossijewitz, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Prolog Er trat kräftig in die Pedale, denn heute wehte an der Nordsee wieder mal eine steife Brise. Während der Fahrt atmete er die frische, salzhaltige Luft ein, die er zum Leben brauchte wie kein Zweiter. Am Himmel spielten die Wolken mit der Sonne fangen, Möwen kreischten so laut, als wollten sie das Tosen des Windes übertönen. Sein Blick wanderte nach rechts. Dort lag den Einheimischen und Urlaubern feiner, heller Sandstrand zu Füßen. Die Seglerbrücke streckte ihre hölzerne Nase vorwitzig hinaus aufs offene Meer. Strandkörpe waren überall verteilt wie bunte Würfel. Im Hintergrund ragte dezent der Leuchtturm Ohlhörn auf. Er trug keine rot-weißen Ringel, doch gerade das machte seinen Charme aus. Diese Insel war keine protzige Diva, sondern von schlichter, ländlicher Schönheit, und genau deshalb liebte er sie so sehr. Mittlerweile war er auf dem Deich angekommen und bestaunte mal wieder das Wunder, das da vor ihm lag. Saftig grünes Gras, durchsetzt von Gänseblümchen, durchmischt mit dem satten Gelb der Butterblumen. Neugeborene Lämpchen blinzelten verwundert ins Frühlingslicht und schmiegten sich schutzsuchend an ihre Schafsmamas. Seeschwalben und Austernfischer zeigten den Möwen stolz, dass diese nicht die Alleinherrschaft über die Insel hatten. Nachdem er das Fahrrad ins Gras gelegt hatte, um nach unten zum Hafen zu gehen, blickte er noch einmal in den Himmel und schmunzelte. Die dicke Wolke über seinem Kopf erinnerte ihn an den Berg Schlagsahne, der zur Friesentorte gehörte, wie die in den Boden eingelassenen Schachbretter zum Wieker Sandwall. Zu seinen Füßen lagen Segelboote vor Anker. Ein Schiff der Adlerflotte machte sich zum Auslaufen Richtung Halligen bereit. Der laue Wind trug das aufgeregte Schnattern der Passagiere, die sich auf den Tagesausflug freuten, zu ihm herüber. Nicht mehr lange, dann begann auch für ihn wieder die Saison. Von Mai bis Oktober fuhr er mit der stolzen Ankerherz hinaus auf sein geliebtes Nordmeer. Mal ging's zu den Seehundbänken, mal rüber, der Nachbarinsel Amrum, Moin sagen. Dann wieder schipperte er in Richtung Langeness, ganz wie es seine Kundschaft wünschte und die Wetterverhältnisse es erlaubten. Aber noch war es nicht so weit, denn es war erst Anfang April. Alles in ihm kribbelte vor Vorfreude, er war zum Aufbruch bereit. Doch bis dahin ging er, wie jeden Tag, in seine Lieblingskneipe, das Kerrwieder, unten an der alten Mole. Dort hatte er sich früher mit ihr getroffen. Aber das war lange her. Es gab das Kerrwieder schon länger als ihn selbst und es würde die Kneipe immer noch geben, wenn er zu seiner allerletzten Fahrt aufbrach. Und das war auch gut so. Tove Paulsen mochte es, wenn die Dinge ihre Ordnung hatten. Und das hatten sie auf Föhr. Da gab es kein Vertun, auch wenn einige anderes munkelten und die Welt um sie herum sich Sandkorn für Sandkorn veränderte. Die anderen Inseln haben wir schon durch. Also, was wissen wir über Föhr? Mehrere Augenpaare heften sich gespannt auf meine Chefin, Evangeline Schmidt. Platinblond schön sitzt sie da und mustert uns mit stahlblauem Blick. In unserer Bamberger Redaktion von Travel TV gilt sie als harter Hund. Und das ist sie wirklich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Ich bin nämlich seit einem Jahr ihre persönliche Assistentin. Föhr ist doch diese Insel mit der berühmten Milchbar, wo man die tollen Sonnenuntergänge gucken kann. Laura, neu in der Redaktion, schaut Evangeline lobheischend an. Doch die rollt nur die Augen und klopft mit dem Montblanc-Füller auf die Tischplatte. Die Milchbar befindet sich auf Norderney und steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Irgendwelche intelligenteren Wortmeldungen, zischt sie, während ich darauf warte, Material für das Protokoll unseres Jourfix, das tägliche Redaktionsmeeting, zu sammeln. In diesem Punkt ist meine Chefin allerdings falsch informiert. Auch auf Föhr gibt's eine Milchbar mit Kultstatus. Ein Föhr ist eine ostfriesische Insel, in der man super Fahrrad fahren... ... ... ... ...